Herzlich Willkommen zu einem neuen Shop-Video. Wenn euch die Videos hier gefallen, würde ich mich riesig über ein Abo freuen. Dann verpasst ihr auch keine Videos auf den Kanal und vielleicht schaffen wir irgendwann mal die 200 Abonnenten. Mittlerweile haben wir sogar die 150 schon erreicht. Freut mich wirklich riesig und ich würde sagen, wir schauen uns jetzt mal den Item-Shop an und gucken, was heute neu ist. Das Power-Leveling-Wochenende ist ja immer noch an. Das heißt, ihr könnt schnell IP-Farm und wie wir es gerade schon gesehen haben, heute haben wir ein neues Wolf-Käppchen als Skin. Ist ein bisschen ähnlich zum Rot-Käppchen-Skin, logischerweise. Sieht ein bisschen ähnlich aus, wobei ich hier Wolf-Käppchen schon deutlich cooler finde. Sieht nice aus, auch hier hinten das Backpack sieht nice aus. Es gibt auch noch einen zweiten Stil, wo er im Prinzip ohne diese Wolf-Kappe ist. Das Skin gefällt mir, aber auf jeden Fall epischer Skin, ist in Ordnung. Kann man sich kaufen. Dann gibt es dazu die große böse Axt. Sieht auch ziemlich nice aus. Gibt es da schon so in anderen Formen, aber eben halt noch nicht mit so einem Wolf auf der anderen Seite. Finde ich ziemlich cool. Dann haben wir von gestern noch Hemlock aus dem Arcane-Künstlerset. Hier mit dem integrierten Emote. Das heißt, ihr könnt im Spiel dieses Emote einfach anwenden und könnt dann zwischen den Stilen wechseln. Nämlich einmal zwischen dem Standard-Stil und dem Dunkel-Stil. Finde ich ziemlich cool, diese Funktion. Dann gibt es hier auch noch die Hexologie-Hacke. Sieht auch ganz nice aus. Für Hex-Lackierung finde ich nicht ganz so cool. Die Animation sah auch nicht alles gut. Und die Farben gefallen mir nicht ganz gut. Dann gibt es den Delirium-Skin wieder. Sieht auch ganz nice aus. So ein bisschen teufelmäßig hier mit den Hörnern. Dann gibt es als nächstes noch den Stab des Zauberbands. Sieht auch ganz cool aus. Ist immer etwas ganz anderes, was es so in anderen Formen noch nicht gibt. Als nächstes gibt es dann den Hex-Skin. Hier mit zwei Varianten. Einmal der Standard- und der Extrem- bzw. Teufel-Variante. Die Flügel hinten sehen auch ganz nice aus. Wobei man die Flügel jetzt auch schon in tausende unterschiedlichen Formen kennt. Früher war nie mal etwas Besonderes. Mittlerweile kommen die so gefühlt bei jedem zweiten Skin raus. Das Skin an sich ist aber trotzdem ganz nice. Dazu gibt es dann die Sternwort-Spitzhacke. Für eine grüne Spitzhacke auch vollkommen in Ordnung und definitiv empfehlenswert. Dann haben wir heute den dritten Tag in Folge den Knochen-Charlie. Auch mit einem integrierten Emote und der Knochophon. Dann toppelt er einfach auf den eigenen Knochen herum. Sieht ziemlich nice aus, das Skin. Vor allem mit dem integrierten Emote. Finde ich immer ganz cool, wenn man so etwas dann kostenlos dazu bekommt. Dann gibt es noch Krabbe. Definitiv super witzige Emote mit einer nice Musik. Dann als nächstes noch Zisch. War schon lange nicht mehr im Shop drin. Ich glaube Season 8 das letzte Mal. Dann gibt es die Arctis-Assassinen. Eigentlich nichts wirklich Besonderes. Hätte auch ein grüner Skin sein können. Mit dem blauen Skin finde ich fehlt da irgendetwas. Dann die Wolfsjäger-Arkierung finde ich tatsächlich ziemlich cool. Liegt aber wahrscheinlich auch an mir, weil ich einfach rot-schwarz super schön finde. Ich finde eine leichte Animation. Sieht aber trotzdem ganz cool aus. Kann man sich auf jeden Fall kaufen. Und als letztes haben wir noch den Kommando-Skin. Klassisch eigentlich wie die ursprünglichen No-Skins. Nichts Besonderes eigentlich. Aber wenn man eben wieder so einen klassischen No-Skin wie früher spielen will. Dann kann man den auf jeden Fall kaufen. Das war es dann mit dem heutigen Shop-Video. Ich hoffe es hat euch gefallen. Lass gerne eine Bewertung auf dem Video. Da schreibt vielleicht Video-Vorschläge in die Kommentare. Und jetzt noch einen schönen Rest. Wosh.